Herzlich Willkommen zu einer brandneuen Markenrebell-Podcast-Folge. Mein Name ist Norman Müller und ich möchte euch sagen, ihr seid der Wahnsinn. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, woran das liegt, dass dieser Podcast hier im Moment vier bis fünf Mal mehr Downloads hat jeden Tag als sonst. Und wenn einer da draußen von euch eine Idee hat, bitte anrufen. Ich würde es gern verstehen. Also ganz herzliches Dankeschön an euch, die ihr hier die Treue haltet, die ihr diesen Podcast teilt, bewertet bei iTunes und was auch immer ihr anstellt, dass diese Zahlen hier zustande kommen. Es ist unfassbar. Es ist sehr, sehr wow. Also sehr motivierend und es rührt mich auf eine gewisse Weise auch, weil es einfach schön ist, wenn ich hier was produziere mit meinem Team, was euch da draußen hilft. Also das ist natürlich ganz fantastisch. So, jetzt muss ich erstmal wieder meinen roten Faden finden. Das Thema dieser heutigen Podcast-Folge ist, an diesen drei Dingen scheitern 96% der Startups. Ich habe drei Dinge rausgesucht, die vor allen Dingen immer wieder ein Thema sind, wenn ich mit Startups zu tun habe. Und genau die möchte ich jetzt hier für euch mit euch performen und bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Also, wir machen eine kurze Unterbrechung und dann geht's los hier. Viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge. Der Markenrebell-Podcast Spannende Interviews, wertvolle Strategien und provokante Botschaften für Führungskräfte und Unternehmer. Stell dich den Herausforderungen der Digitalisierung und setze als Marke ein Zeichen. Von und mit Markenrebell Norman Müller Okay, let's get started. Wir haben drei Dinge, an denen 96% der Startups scheitern und das allererste, was zu nennen ist, ist, du hast als Startup kein Geld. Ohne Geld funktioniert das Ganze natürlich nur in einer wahnsinnig langsamen Geschwindigkeit. Also wachsen, wie man so schön gesagt, gebootstrapped zu wachsen, aus den eigenen Mitteln heraus zu wachsen, ist natürlich eine echte Challenge. Und vor allen Dingen das Energielevel zu halten über diesen langen Zeitraum, in denen man das Gefühl hat, oder in diesem Zeitraum, in dem man das Gefühl hat, es tut sich einfach zu wenig. Ohne finanzielle Mittel wird das schwierig. Dann wirst du an deiner Seite niemanden haben können, der dich berät, der dir die Abkürzungen zeigen kann, der sich intensiv mit dir beschäftigt, der individuelle Konzepte, Strategien entwickelt. Du wirst es schwer haben, eine Marke aufzubauen, es sei denn, du hast ein besonderes Talent dafür, die eine gewisse Wiedererkennung, schon auch eine Wertung zulässt deines Startups. Ich habe mir letztens ein Startup angeschaut, ich bin ja auch als Business Angel unterwegs, da war der Eindruck der Marke so schlecht, dass ich fast der Idee keine Chance mehr geben wollte. Also da muss man einfach drauf achten, die Verpackung ist es halt eben auch. Und das ist der erste Eindruck, und deswegen ist es da unbedingt zu investieren. Und wenn du kein Geld hast, dann kannst du da nicht rein investieren. Oder auch in klassische Werbung. Also mit klassischer Werbung meine ich die digitale Werbung, Facebook-Ads, Google-Ads. Ohne Geld geht das alles nicht. Ohne Geld fehlt dir der Brandbeschleuniger, um deinen Startup auf den Weg zu bringen. Und was ich zu diesem Thema immer wieder erlebt habe, war, du hast mit Gründern zu tun, die dir ihren Pitch vorstellen. Und in dieser Vorstellung sind die total euphorisiert und so weiter. Und du fragst dann, nächste Frage, wie sieht es aus? Habt ihr schon über finanzielle Mittel nachgedacht? Habt ihr schon Ideen, wo ihr das Geld herkriegt? Und dann kamen so Antworten wie, das Ding ist so innovativ, da glaubt keine Bank dran. Also da flachte so diese Motivations- und Energiekurve so unfassbar schnell wieder ab, dass es dann gar nicht mehr glaubwürdig ist. Das heißt, du musst dich um dieses Geldthema kümmern. Das bedeutet, du musst schauen, kannst du irgendwo einen Kredit aufnehmen? Kannst du irgendwelche Investoren finden? Und das müssen ja nicht unbedingt die Rieseninvestoren oder Höhle der Löwen sein. Es können ja vielleicht auch kleinere Investoren, Unternehmerinnen und Unternehmer in deinem Umfeld sein, die vielleicht Lust haben, so eine Anschubfinanzierung für dich zu stemmen. Oder du kannst auf Crowdfunding-Plattformen unterwegs sein, dort deinen Pitch machen und dein Produkt oder deine Dienstleistung vorstellen. Was auch super ist, einen Steuerberater fragen. Und den fragen, wenn er sich gut auskennt, vielleicht gibt es ja die ein oder andere Förderung für deinen Startup. Oder allein die Idee, einfach mal in der Familie zu fragen. Ja, das Konzept vorzustellen, irgendwie einen netten Abend zu machen und zu sagen, hey, wer wäre bereit, da mit reinzugehen, mit rein zu investieren. Also, einige Ideen, vielleicht ist der eine oder andere dabei, aber in jedem Fall muss ich mich bemühen und ich muss es versuchen, weil der Weg zum Geld ist extrem lehrreich. Diesen Weg zu gehen und nicht von vornherein zu sagen, die Idee ist so wahnsinnig innovativ, die versteht überhaupt kein Mensch, wer soll da rein investieren, sondern die innere Haltung zu verändern, das Mindset zu verändern und dort wirklich versuchen, in dem Gedanken Fuß zu fassen, tatsächlich zu fragen und sich das Nein persönlich abzuholen. Ja, das ist die Idee. Das ist das Training. Das Nein persönlich abholen heißt, ich muss mich überwinden nachzufragen, also um Geld zu fragen. Oder vielleicht auch um Geld zu bitten. Vielleicht kann ja auch sein, dass viele das so als Bittstellerei empfinden, aber das ist genau das. Du musst einfach sagen, hey, ich habe hier eine geile Idee und ich brauche dich, um das ganze Thema zu finanzieren. Wie sieht es aus? Wo können wir uns einigen? Aber es ist ein ganz wesentlicher Punkt, dass ich zumindest darüber nachdenke. Viele Leute, die haben mit Geld insofern ein Problem, dass sie sagen, ich konzentriere mich voll auf die Idee, aber wo die finanziellen Mittel dafür herkommen, das interessiert mich nicht oder da habe ich keine Lust, mich zu kümmern. Ich erzähle einfach ganz vielen Leuten davon. Und das ist ein großes Problem. Ohne Geld wirst du das nicht in der Geschwindigkeit auf den Markt bringen, in der du es auf den Markt bringen musst, weil irgendeiner schneller ist mit einer anderen Idee oder einer ähnlichen Idee und der oder die hat sich das Geld besorgt. Also das ist die wichtige Aufgabe. Kümmere dich ums Geld und nicht zu spät, sondern von Anfang an. Du musst in dich investieren, nicht nur Zeit, sondern auch Geld. Zeit und Geld invest ist das A und O, wenn du ein Business aufmachen möchtest. Ich brauche nur einen kurzen Augenblick deiner Aufmerksamkeit. Wenn dich nicht nur einen Perspektivwechsel, sondern eine genaue Anleitung interessiert, wie du einen selbstbestimmten, glücklichen und erfüllten Family & Business Lifestyle leben kannst, dann schau dir unbedingt die Mindshift Business Masterclass an. In dieser Masterclass zeigt dir Katharina mit ihrer Methode The Process, wie du dein volles Potenzial entfalten und Blockaden lösen kannst, damit du dich auf das fokussierst, was du tief in deinem Herzen wirklich erreichen willst. Meine Aufgabe in der Masterclass wird sein, dir mit meinen über 20 Jahren Erfahrung als Unternehmensberater für Digital Brand & Business Building ein Geschäftsmodell zu entwickeln oder ein bestehendes zu optimieren, mit dem du kontinuierlich und garantiert wachsen wirst. Wir werden nicht zulassen, dass die Corona-Krise deine Existenz zerstört. Deswegen haben wir die nächste Masterclass mit mehr Fokus auf dein Business ausgerichtet. Sei dabei und bewirb dich jetzt für einen von 20 Plätzen. Wir werden noch in diesem Jahr starten und informieren dich über alles Weitere in einem persönlichen Vorgespräch. Mehr Informationen dazu findest du auf der Website www.mindshift.family und den Link dazu gibt es wie immer in den Show Notes dieser Podcast-Folge. Und nun geht es weiter hier. Der zweite Punkt, warum scheitern Startups zu 96 Prozent? Der zweite Punkt ist, du bietest keinen Nutzen an. Und dabei ist es völlig wurscht, was du glaubst. Muss man wirklich so deutlich sagen. Also die Argumentationen sind ja immer super spannend. Man erfährt dann, ja, ich denke oder ich weiß oder ich habe schon mal in dieser Branche gearbeitet oder ich biete hier was an, was ich vielleicht selbst gut gebrauchen könnte. Also alles so Formulierungen, wo ich einfach sehe oder die mir zeigen, da ist noch nicht genug und intensiv über den Nutzen nachgedacht worden. Das Einfachste ist, das ist das, das ist das, Voraussetzung ist, du hast deine Zielgruppe exakt benannt. Und dann frag deine Zielgruppe, was sie sich wünschen, wo ihre Bedürfnisse sind. Hör genau hin. Man ertappt sich vielleicht ziemlich schnell, wenn man sehr verliebt ist in seine Idee, dass man glaubt, verstanden zu haben oder zu wissen, dass man die Lösung oder den Nutzen in Form eines Produktes oder einer Dienstleistungen hat. Und dann zeigt sich aber auf dem Weg in der Vermarktung, dass dieser Nutzen entweder gar nicht da ist oder gar nicht erkannt wird, weil es nicht klar genug beschrieben ist oder einfach auch das Produkt scheitert, weil es nicht genug und intensiv getestet wurde. Und dieses Lean Startup-Prinzip, was ich immer wieder zur Sprache bringe hier im Podcast, ist insofern ganz spannend, dass du eigentlich ohne größere Investitionen, du musst investieren, aber ohne größere Investitionen, kannst du ja über digitale Wege wunderbar dein Produkt und deine Dienstleistung testen, ob das Ganze funktioniert. Also stell meinetwegen eine These auf, frag deine Zielgruppe und dann teste es, ob die Leute es kaufen wollen würden. Und auch diese Idee des, ich finde es ein super Training, wenn du darüber nachdenkst, baue zu deinem Produkt oder deiner Dienstleistung so einen One-Pager im Internet. Da gibt es keine Untermenüseiten, es gibt nur eine einzige Seite, deswegen heißt es den One-Pager. Und du musst auf dieser Seite, ja okay, dieser One-Pager ist unendlich scrollbar, aber versuch mal auf dieser Seite so das Wesentliche zusammenzufassen. Worum geht es? Was ist wirklich mein Nutzen als Zielgruppe? Und wenn dir das gelingt und die Leute das verstehen und deine Tests ergeben, dass die Leute bereit wären, dafür zu bezahlen oder sich ein Newsletter eintragen oder in irgendeiner Form mit dir interagieren oder ein Feedback zuspielen und sagen, hey, geile Idee, dann sind das auf jeden Fall schon mal beste Indizien dafür, dass das Ganze am Ende fliegen wird. Aber ohne diese Tests, nur mit einer These, nur mit dem Glauben daran zu wissen, was der andere braucht, geht eigentlich zu 99,9% in die Hose. Das muss man wirklich sagen. Also nimm dir die Zeit und dieser Produktentwicklungsprozess ist essentiell. Nimm dir die Zeit, um wirklich mit den Leuten dich auszutauschen, die am Ende dein Produkt kaufen, deine potenziellen Kunden von morgen. Weil wichtig ist natürlich, neben dem Nutzen auch die Differenzierung hinzukriegen. Eine Differenzierungsstrategie heißt, wie schaffe ich es, mich von meinem Wettbewerb, den es wahrscheinlich, es sei denn, du hast echt eine Nische getroffen, aber in der Regel gibt es einen Wettbewerb. Wie unterscheidest du dich? Was macht dein Produkt, deine Dienstleistung so besonders? Also wo ist der Nutzen und wo unterscheidest du dich von deinem Wettbewerb? Und der dritte Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, ist, du bist kein Verkaufstalent. Also der erste Punkt war kein Geld, der zweite Punkt war kein Nutzen, der dritte Punkt ist kein Verkaufstalent. Das ist natürlich ein Problem, jetzt hast du zwei Möglichkeiten, entweder du lernst verkaufen oder du suchst jemanden, der verkauft. Eine andere Chance hast du nicht. Also zu lernen, lernen zu verkaufen, finde ich eines der wichtigsten Fähigkeiten, die dir in deinem Leben helfen. Sollten eigentlich die Kinder in der Schule schon irgendwie haben, das Verkaufslernfach oder sowas. Also dich mit Verkaufspsychologie zu beschäftigen, wann bist du wirklich ein guter Verkäufer, wann bist du, ich liebe ja so die, 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 na, jetzt wird es mal so, die Werte des ehrbaren Kaufmanns. Also Handschlaggeschäfte, großartig. Heutzutage würde ich immer einen Vertrag machen, aber ich finde es einfach cool, wie man es früher wirklich gemacht hat, der Handschlag und es galt etwas. Das Wort zählte noch etwas. Hat man heute leider nicht mehr ganz so, also gerade im Internet darf man und sollte man dann auch sehr vorsichtig sein, aber ich finde es einfach enorm wichtig, dass du sagst, ich versuche mir echt eine gute Verkaufstechnik anzueignen beziehungsweise mich mit diesem Thema einfach mal auseinanderzusetzen. Du musst ja nicht der super, also durch die Decke gehe Verkäufer sein, aber du musst zumindest verstehen, was wichtig ist im Verkauf. Jedes Produkt, jede Dienstleistung muss verkauft sein. Du musst verstehen, warum sich dein Produkt nicht verkauft oder warum sich dein Produkt verkauft. Also das sind ja wichtige Geschichten. Ob du es dann am Ende operativ umsetzt oder nicht, ist eine andere Geschichte. Also wenn du die finanziellen Mittel hast, die man beschäftigen kannst, der das Thema Vertrieb, Verkauf für dich übernimmt, ist das natürlich auch eine Lösung. Aber meine Empfehlung ist, zumindest mal dich mit dem Thema zu beschäftigen. Ich finde es ein ganz spannendes Thema, wenn du Branding machst, wenn du Marke machst, dann machst du Emotionen, dann machst du Erlebnis, dann machst du Verkaufen die ganze Zeit. Und das ist, denke ich, ein ganz wertvoller Impuls, den ich dir mitgeben möchte. Im Verkaufen merke ich auch ziemlich schnell, ob jemand schon mal verkauft hat oder ein Verkaufstalent ist oder eben keins ist. Und das, was oft falsch gemacht wird, ist, wenn ich so die Frage stelle, wer ist denn so der potenzielle Kunde deines Produktes, deiner Dienstleistung? Und dann wird mir so ein bildlich gesprochenes Telefonbuch vor die Füße geworfen und gesagt hat, hey, jeder braucht mein Produkt. Schwierig. Schwierig. Sehr schwierig. Keine Abgrenzung. Das heißt, die Zielgruppe ist einfach nicht präzise formuliert. Und es darf gezweifelt werden, dass diese Zielgruppe, nennen wir sie Telefonbuch-Avatar, dass du genau den Bedarf dieser vielen Menschen so konkret auf den Punkt bringen kannst. Also meine Empfehlung ist, gerade bei Startups, lieber super spitz, sodass du das Gefühl hast, und das ist ein guter Indikator, dass du ein Gefühl hast, oh krass, wow, wenn ich da 100 Kunden kriege, das ist ja, also wenn ich da 100 Leute mit anspreche, dann wäre das ja echt wenig, wenn ich so spitz positioniert wäre, beziehungsweise wenn meine Zielgruppe, auf die ich abziehe, so spitz wäre, wow, das ist der beste Indikator. Wenn du dieses Gefühl hast, wow, das sind aber wenig Kunden, aber mach mal bitte 100 Kunden, was das bedeutet. Kommunizier mal mit 100 Kunden. Super intensiv. Je nachdem, wie dein Geschäftsmodell aussieht, relativiert sich das vielleicht, aber 100 Kunden, Leute, das ist ja unfassbar. Deswegen, lieber habe ich in meiner Community in Summe 500 Leute, die mir folgen, die mich irgendwie mögen, die meinen Content liken oder kommentieren und von diesen 500 mache ich mit 50 Projekte oder irgendwelche Geschäfte. dann sind es einfach mal 50 Kunden. Also die Interaktion mit einer qualitativ hochwertigen Zielgruppe ist viel interessanter, als so ein Reichweiten-Moloch zu sein und zu sagen, hey, ich erreiche 700.000 Leute auf Facebook. Und wenn du dann fragst, wie viel Geschäft machst du mit den Leuten und dann kommt da so eine Zahl wie 2.000, 3.000 Euro im Monat, dann steht das in keiner Relation. Du kannst mit 10 Kunden 3 Millionen machen oder mehr. Also kommt ganz darauf an, mit wem du da interagieren möchtest. Und da ist natürlich extrem wichtig, dass du dir Gedanken darüber machst, wie sieht meine Zielgruppe aus? Ich glaube, wenn du mal ein paar Podcast-Folgen zurückblätterst, da haben wir auch eine Podcast-Folge dazu gemacht, dass es einfach, es geht nicht ohne. Sagen wir es mal so. Es geht nicht ohne. Wenn du sagst, das brauchen alle, dann hast du ein Problem, dann musst du da einfach nochmal die Schleife fahren und darüber nachdenken, wie kannst du deine Zielgruppe präzise auf den Punkt formulieren. Oder, was auch ein großes Thema ist, gerade beim Verkaufen, du hast Angst, für deine Produkte und Dienstleistungen Geld zu verlangen. Das ist auch ein Riesenthema. Was ist der richtige Preis? Ein Thema Preismarketing. Darf ich dafür Geld verlangen? Darf ich dem Kunden sagen, dass die nächste Stunde kostenpflichtig ist? Also das Thema Geld, der erste Punkt war ja heute auch schon, kein Geld, der ist immer ein Thema. Also die Leute beschäftigen sich mit diesem Rohstoff leider zu wenig. Und ich betrachte Geld als Rohstoff, das heißt, du kannst ihn reinvestieren, um deine Produkte besser zu machen, um mehr Menschen damit zu helfen, dafür kannst du diesen Rohstoff Geld einsetzen. Aber du musst ihn eben auch verlangen können und sagen können in einem Verkaufsprozess, hey, wenn du bei mir die Podcast Mastery machst, dann musst du diesen Geldbetrag auf den Tisch legen, weil das ist meine Kalkulation. Zu diesem Betrag setze ich mich für dich ein und arbeite ich mit dir individuell. Das ist der Punkt. So, und lerne zu verkaufen. Mein letztes Statement heute zu dieser Podcast-Folge soll sein, bitte lerne zu verkaufen. Lies coole Verkaufsbücher, Dave Carnegie ist zum Beispiel ein Klassiker, absoluter Klassiker, wie man Freunde gewinnt, unbedingt lesen. Also da stecken so viele Ideen drin, wie du deine Produkte und Dienstleistungen auf den Markt bringen kannst, wie du mit den Leuten kommunizieren kannst, wie du Beziehungen herstellen kannst. Also super wichtiges Buch, unbedingt lesen und dich mit dem Thema Verkauf beschäftigen, selbst wenn du es nicht operativ machst. Also das nochmal an dieser Stelle. Es ist nicht zwingend notwendig, dass du es dann operativ umsetzt, wenn du die Möglichkeiten hast, jemanden zu beschäftigen. Aber es ist extrem wichtig. So, ich hoffe, es war heute was dabei mit den drei Dingen oder drei Gründen, warum 96% der Startups scheitern. Wenn du Ideen, Anregungen hast, schick mir gern über Telegram eine Voice Message mit einer Frage und ich werde das hier im Podcast auf Sendung bringen und die Frage natürlich gern beantworten. So, ich wünsche dir an dieser Stelle nur das Beste, bleib rebellisch und bis bald. Ciao. Dutzung. 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 Untertitelung des ZDF, 2020